Lachen statt Schreien in Five Letter Freddys R. Ja, R. Das war ja das mit Chica, die Animation da mit Chica, die war letztendlich genial. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir in Nacht 2 kommen. Was? Super, boah. Ach ja, Leute, das hab ich schon gesehen. Also, Bonnie wird aktiv, Chica wird aktiv, Freddy bleibt noch inaktiv. Und im Prinzip ist es eigentlich total simpel. Ist es eigen. Trinken. Ist es eigentlich, ist es eigentlich. Erstmal. Ähm. Ah, jetzt. Lü. Also, die kann man genau, nur, dass ich da schaue, wo war Pirate Cove da. Also, das ist wichtig, das. Das ist eigentlich wichtig, das und das. Die anderen Kameras sind im Moment unwichtig. Booster. Olu? Olu? Ich frage mich, ob er in Nacht 2 schon aktiv wird. Hä? Läufe ich schnell? Ah, jetzt sehe ich, wenn die Taschenlampe flackert, dann... Aha. Ja, ja. Das schaut doch... Dün, 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 dün. Nein. Nix gibt's. Ah ja, wenn die Taschenlampe nicht mehr flackert, dann... Okay, dann... Aha. Jetzt hab ich das mal kapiert. Wenn's flackert, heißt es Danger. Das heißt, da muss ich aufpassen. Bei Faxen wird's doch interessant. Aber der kommt eigentlich von der Seite. Und ich glaub, so schnell kommt der noch gar nicht her. Nee, 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 nö, nö. Niemals. Chica ist schon aktiv, nö. Ah, Barney ist noch hier. Ah, siehst du, es ist ganz chillig. Bin immer gespannt, ob hier Golden Freddy auch auftaucht. Ah, da ist der Barney. Grüß dich. Uh, 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 der kommt glatt her. Äh, gleich her, ja. Ah, und wenn euch das übergefallen, gerne mal den Kanal abonnieren. Werden wir hier weiter diese Nacht versuchen zu überleben. Jetzt hab ich mir ein bisschen Bammel. Ah, siehst du, es flackert und er rennt her. So. Oh. Das ist nicht gut. Also, ich wollt grad sagen, das flackert die ganze Zeit. Ah, toll. Wo ist er jetzt hin? Warte mal, wo ist er jetzt hin? Ich trau mir jetzt gar nicht aufzumachen. Lass mich erst mal... Okay, der ist da. Äh, er ist da. Das heißt, ich kann hier aufmachen. 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 Oh, Chica wird aktiv. Ja, 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 ja. Der, äh, Chica, sie wird aktiv. Weißt du, wie lange sie hier in der Dining Area rumlaufen, ist es mir echt... Wayne, das ist mir ja wurscht. Sollen die da rumlaufen. Hier ist halt wichtig. Und das ist wichtig. Und ich hab nur noch 64% Strom. Sollte ihr kurz ein bisschen aufpassen. Wie viel spült haben wir es eigentlich? 3 Uhr. Ah, lol. Könnten wir schaffen mit der zweiten Nacht. Wenn ich halt jetzt halt nicht zu viel Strom verbrauche. Also, sprich nicht zu oft auf Camps schaue. Schön, dass meine Taschenlampe auch unendlich Strom hat. Nur sicherheitshalber. Wo die sind? Okay. Ah, ja, lol. Ach, die sind immer nur in der Dining Area. Ne, aber Faxi... Vielleicht wird Faxi erst in der dritten Nacht aktiv. Dat weißt du ja net. Dat... Weißt du net. Okay. Die Maschine eigentlich noch relativ gemütlich rum. Bin doch eigentlich relativ safe. For the moment. Würde ich sagen. Nö. Barney kommt gleich wieder her. Hier, kannst du mal schauen? Also, da schaue ich nur kurz für sich an, ob da Chica kommt. Ah, Barney wird der Erste sein. Äh, der Nächste sein. Nicht der Erste, sondern der Nächste. Der wäre her. Also, das ist eigentlich hier schauen eigentlich gar nicht so blöd. Ja, eigentlich wäre hier schauen besser. Weil wenn jemand hergestürmt kommt... Wer nicht zumachen. Mhm. Simple Mechanics hier. Oh, so simpel. Ja, ich glaube, nachts sollte man es schaffen schon. Ja, 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 ja. Uh, lol. Ich sage nur, uh, lol. Da ist wieder dieser Run. Dö, 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 dö. Also, wenn das Chica links angreift. Das ist halt total ungewohnt, weißt du? Aber das Schöne ist, dann habe ich, glaube ich, alle auf einer Seite, wollte ich sagen. So, Kollege, du gehst da hin. Eigentlich sollte ich ihn kurz hertriggern, eigentlich. Nur, dass er Ruhe gibt. Nö. Jo. Dö, dö, dö. Rett, fragst du dich auch so? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt steht er da. Ja, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Warte, ich schaue mal kurz für die Kamera. Ja, fünf Uhr, lol. Das, das kriegen wir in Faxi, das ist nicht aktiv. Hier ist alles ruhig. Was an die, was an die? Einen Moment hätte ich nicht aufpasst. Naja, jetzt wollen beide hier rein. Das könntest du vergessen. Das könntest du vergessen. Jetzt warte ich lieber hier. Die stehen jetzt an der Tür. Das mag ich gar nicht. Warte, ob das Faxi irgendwie. Ah, ne. Okay, Barney haut ab. Chica haut ab. Haut ab. Jo. Müsst du was. Ah, okay, da ist Barney. Das heißt. Auf. Heißt ein bisschen Strom sparen. Oh, oh, oh. Ha. Nachzweigschaft. Jetzt könnte es ein bisschen interessant werden. Wie lange ich durchhalte, weil Freddy jetzt höchstwahrscheinlich aktiv ist. Wenn es überhaupt die dritte Nacht hier gibt. Das weiß ich nicht. Wir schauen mal einfach bei Continue rein. Einfach mal klicken. Einfach nicht viel reden. Einfach tun. Ja, es gibt. Okay, dann hat das Spiel höchstwahrscheinlich alle Nächte. Höchstwahrscheinlich. Und jetzt ist 100 Pro der Freddy aktiv. Der schaut schon so, weißt. Der schaut schon so. Der, ja, nö, der ist immer noch inaktiv. Will ich aber nicht. Ich weiß nicht, ich trau dem Braten hier jetzt nicht. Halt. Moment. Bevor man eine Nacht startet. Das ist das Wichtigste überhaupt. Boop. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich bin auf Waxi gespannt. Und ich bin auf Freddy gespannt. Ganz ehrlich. Ich bin auf beide gespannt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, das ist immer schon. Willst du auch nicht so weit rennen. Nur ist Interesse halt, ob... Naja, die sind noch nicht aktiv. Er ist auch noch nicht aktiv. Und eigentlich sollst du einen Blick dann auf Pirates Cove haben. Dass du ihn, glaube ich, verlangsamst. Meinst du... Weißt du, der wird aktiv? Und weiß sofort, dass ich da stehe. Und der hat noch nicht mal nach links geschauen. Der weiß instinktiv... Aha. Der Kollege. Der Kollege. Der streunert hier rum. Nein. Please not. Please not. Da. Oh. Der dreht sich um wieder. Nee. Ah. Der dreht sich nicht um. Oh oh. Oh oh. Wieso hat's gar geflackert? Wieso hat's... Wieso hat's... Okay. Hat sich geklärt. Und wieso hat... Hey. Keine Ahnung, warum Chica mich gesehen hat. Why? Wieso hat Chica mich gesehen? Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. Freddy, der chillt. Der chillt seine Base grad. Wollt grad aufmachen. Aber ich mein, muss er gelegentlich aufmachen, weißt? Okay, wobei der Strom reicht eigentlich. Der ist ausreichend, selbst wenn eine Tür zu ist. Der ist voll ausreichend. Also hoffe ich. Außer Freddy kommt. Dann, äh, dann, dann wird's, dann wird's sehr, sehr kritisch. I think. Jetzt marschieren die die ganze Zeit hier so rum, weißt? Da, da, da. Die gehen ja gar nicht mehr weg von meiner Tür. Also Chica geht nicht mehr weg von meiner Tür. Bleibt immer so in der Nähe von meiner Tür. Hab ich gar keinen Bock drauf. Ja, Barney ist da hinten. Weißt, ab und zu könnte ich sagen, gut, machen wir auf. Ja, eigentlich, ja, wieso eigentlich nicht? Aber Fax ist so, der muss von hier kommen, weil da vorne ist sein Bereich. Hm. Moment, da rennt keiner her. Barney dürfte sein. Ja. Ich weiß ja nicht mal, dass er mich gesehen hat. Das ist manchmal so random, weißt? Oder, die sehen mich gar nicht. Und rennen aus Reflex. Vielleicht zur Tür. Vielleicht wird da irgendeiner Krach gemacht oder so. Keine Ahnung. E-Vorce is net. Will ich's wissen? I don't know. Wir haben's drei Uhr ab. Freddy ist immer noch nicht aktiv. Niemand. Also, naja, okay, das ist übertrieben. Es sind ja zwei Emotronics aktiv. Nö. LOL. Das wird echt auch ne Easy Night. Außer, dass ab und zu mal die Melodita spielt. Aber fahr... Ich mach mal kurz mal. Ich weiß nicht, ich trau dem Brat nicht. Ich trau nicht, äh... Nö, ich trau Faxi nicht. Wisst ihr, wie ich mein? Nö, 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 nö. Aber den Barney Jumpscare haben wir, glaub ich, nur gar nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wo der Kollege grad ist. Das ist... Äh, Chica kommt als nächstes her. Chica kommt als nächstes her. Oh, guckers mal. Oh, dum, 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 das heißt... Ja, alter, alter! Warte, das müssen wir uns anschauen. Der Run! Okay, die rennen alle so lustig. Okay. Damit lasse ich erstmal gut sein. Das haben wir mal ein paar Nächte gesehen. Das haben wir auch Faxi gesehen. Ich vermute, Nacht 4 wäre Freddy wahrscheinlich dran gewesen. Ich denke. Aber was hält ihr denn bisher von dem Remake? Schreibt es so gerne im Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.